Musik Was wir hier sehen ist Cricket, eine Sportart, die sich vor allem in England, Australien, Indien und Sri Lanka größter Beliebtheit erfreut. Am Sonntag trafen sich Mannschaften aus Oldenburg, Groningen und Kingston zu einem Turnier in Oldenburg. Bei uns ist Cricket eher unbekannt, aber das war nicht immer so. Die Sportart kam 1850 nach Deutschland, 1916 gab es allein in Berlin 27 Mannschaften. Doch im Laufe der Zeit wurde Cricket durch König Fußball auf die Plätze verwiesen. Wer heute jemandem erzählt, dass er Cricket spielt, bekommt meistens Folgendes zu hören. Spielt ihr durch die kleinen Törchen? Weil es immer dann ist, ja, spielt ihr Crockett? Nein, wir spielen Cricket. Und da muss man immer erklären, ja, es ist so eine Mischung aus Baseball und Brennball. Und dann muss man halt anfangen, die einzelnen Regeln zu erklären, sodass es ganz einfach ist für alle. Aber meistens sitzen die dann alle mit einem Fragezeichen vor einem, weil sie einfach nichts verstehen. Cricket dreht sich um Wickets, Batsmen, Bowler und Wicketkeeper. Das klingt in erster Linie ungewöhnlich und bleibt es auch. Wer die Regeln verstehen will, sollte wissen, es gibt zwei Mannschaften A11-Spieler, ein ovales Spielfeld mit 90 Metern Durchmesser, das durch diese Fähnchen begrenzt wird. Einen Ball und zwei Schläger. Es spielen beim Cricket zwei Mannschaften geieinander, 11 gegen 11, wovon allerdings die Schlagmannschaft nur zwei Personen auf dem Spielfeld hat, wie man hier auch sieht. Die beiden sich schlagen und versuchen Punkte zu machen. Die anderen Elf der Gegnermannschaft, die versuchen das zu verhindern. Und nach der Halbzeit, es wird eine bestimmte Anzahl an Würfen gespielt, wird die Rolle gewechselt. Dann ist die Schlagmannschaft Feldmannschaft und die Feldmannschaft Schlagmannschaft. Punkte werden von den Batsmen, also den Schlagmännern, gemacht. Die Schlagleute versuchen den Ball möglichst weit ins Feld zu bringen, um sich Zeit zu verschaffen, zwischen den beiden Wickets hin und her zu laufen. So machen sie Punkte. Die Gefahr ist natürlich, dass wenn sie unterwegs sind, dass einer der Feldspiele den Ball aufnimmt und sehr schnell zum Wicket zurückwirft. Und wenn die noch unterwegs sind, dann können sie in der Tat ausscheiden, weil das Wicket dann vielleicht zerstört wird. Weil das Turnier für Oldenburg eher ungewöhnlich war und Cricket eine internationale Sportart ist, hielt Oldenburgs Oberbürgermeister Gerd Schwandner eine kurze Rede. Schwandner, selbst sportbegeistert, hatte auch so seine Probleme mit den Regeln. Erstmal ein bisschen unverständlich, muss ich ganz ehrlich sein. Die Regeln habe ich gerade gelernt von dem Chef von den Groninger. Da braucht man mindestens einen Tag dafür, um die zu verstehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den ganzen Tag heute hier bin. Es gibt ja noch Filmfeste im Moment. Aber mal gucken. Ziehen wir ein Fazit. Cricket ist bestimmt eine spannende Sportart, die den Teamgeist stärkt. Um in unseren Gefilden zu einer breiten Sportart wie Fußball zu werden, bedarf es allerdings noch jeder Menge Aufklärungsarbeit. Denn Cricket hat nichts mit kleinen Törchen zu tun.